Keiner von den Pickoffs bisher auch nur annähernd gefährlich für ihn. Jetzt der Pitch. Philipp Howard, Late Steal hier und ist da safe am zweiten Base. Hat dann mit dem Pitch eigentlich nur so ein paar Shuffles gemacht und läuft dann erst, als der Ball eigentlich schon beim Catcher ist, los. Und damit nutzt hier das Überraschungsmoment aus Stolen Base für Philipp Howard.